Frohe Weihnachten! Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag oder guten Weiß. Der Geier war nur, dass du das Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benni und Steve. Wir haben Weihnachten. Es ist der 24.12. ihr Lieben. Und Benni und ich wollten euch hiermit jetzt gerade mal eine frohe, besinnliche Weihnachtszeit wünschen. Ein großes Danke aussprechen für das tolle Jahr mit euch. Und als kleines Bonus hat der Benni noch was für euch im Petto. Als kleinen Bonus haben wir ein Special wieder aufgenommen. Und zwar diesmal eine Runde Phasmophobia in der Weihnachtsedition. Wir haben nochmal wieder was Schönes rausgesucht. Und ja, sagen wir mal so, wir haben mehr schlecht als recht abgeschlossen. Aber ihr könnt es selber sehen, heute um 15 Uhr geht das Ganze live. Und wir wünschen euch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Zweifel Eisbots.